1Live Domian Das 1Live Talk Radio 0800 220 50 50 Domian Im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50 Jo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu unserer Freitagnachtausgabe immer eine Freitagnacht, das kennt ihr ja also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt heute Nacht, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian.wdr.de Der erste Anrufer heute Nacht heißt Sven und Sven ist 29 Jahre alt Morgen Sven Morgen Domian Weswegen rufst du mich an? Wegen extremer Eifersucht Wegen extremer Eifersucht, die dich plagt? Ja, auf jeden Fall Was ist der Hintergrund? Erzähl Und zwar folgendes Ich war 4 Jahre, bevor ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin schon in einer Beziehung und ich habe meiner damaligen Freundin immer vertraut und dann hat sie mich, ja auf Deutsch gesagt beschissen und seitdem bin ich nicht mehr in der Lage eine normale Beziehung zu führen ich kontrolliere meine jetzige Freundin so sehr, dass ich sie verfolge Wie lange bist du jetzt mit deiner der jetzigen zusammen mit der aktuellen, wie lange bist du mit ihr zusammen? Anderthalb Jahre Anderthalb Jahre Was ist denn damals die Frau, die dich so enttäuscht hat? Was hat die denn gemacht? Ja, wir haben immer gesagt Wenn wir uns bescheißen, wie gesagt, wie auf Deutsch gesagt dann sagen wir es einander und sie hat es nicht gesagt und sie hat mich monatelang hintergangen Konkret Ich habe damals rausbekommen und war davon sehr, 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 sehr enttäuscht Also sie hatte monatelang ein anderes Verhältnis mit dem gleichen Mann Ja, mit ihrem Arbeitskollegen Mit ihrem Arbeitskollegen Wie hat dir das dann gestanden? Ja, an einem Morgen, wo ich arbeiten musste Ich musste damals im Sexo arbeiten und da hat sie es mir gesagt Ja Bist du denn vorher auch schon mal sehr enttäuscht worden von Frauen? Abgesehen von dieser gar nicht? Überhaupt nicht Ich habe immer meiner damaligen Freundin immer blind vertraut Ich gehe davon aus, dass dann die Geschichte damals zu Ende gegangen ist weil du auch so verletzt warst Ja, ich war sehr verletzt Hast du die Beziehung dann beendet? Beide eigentlich So, das ist die Vorgeschichte Ja Jetzt bist du anderthalb Jahre mit deiner Freundin zusammen und machst ganz merkwürdige Sachen, wie du gerade schon angedeutet hast Richtig Du verfolgst sie sogar Ich verfolg sie sogar, ja Was heißt denn das konkret? Also ihre Mutter wohnt ungefähr 200 Meter von unserer Wohnung entfernt Wir wohnen jetzt zusammen Ja Und wenn sie sagt, ich gehe mal etwas zu meiner Mutter rüber dann traue ich ihr einfach nicht und ich muss hinterher gehen Das heißt, du schleichst Und gucken, dass sie in diese Haustüre heimlich geht Das heißt, du schleichst heimlich hinter ihr her Ich schleiche heimlich hinter ihr her Sie weiß das nicht Sie weiß das nicht, nein Schleichst du auch noch auf anderen Wegen heimlich hinter ihr her wenn sie einkaufen geht oder wenn sie eine Freundin besucht oder so etwas? Ja, mache ich auch Und ich kontrolliere, was ich damals nie gemacht habe ihre SMS Okay, also du schleichst ihr nach Sie hat dich dabei noch nicht erwischt Nein, noch nicht Was ja sonderbar ist, ne? Ja, eigentlich schon So, du guckst in ihr Mobilfunktelefon guckst die SMS an Was machst du noch? Ach, da gibt es so viele Dinge Sag mal so ein paar Beispiele noch dann kann ich mir das noch mehr vor Augen führen Ja, wie gesagt, mit dem SMS ist es natürlich aktuell und sie hat damals mal in einer Diskothek einen Job als Kellnerin angenommen Ja Und da habe ich mich sogar verkleidet und bin als Gast hingegangen um zu gucken Wie verkleidet? Ob sie nicht irgendwie mit anderen Leuten flirtet Was heißt verkleidet? Hast du dir einen Bart angeklebt oder was? Nicht so extrem nur, ich habe mich so weit ja, verkleidet dass sie halt nicht merkt dass ich da bin und habe mich am Tisch gesetzt wo sie nicht bedient Das heißt, sie konnte dich nicht an deinen Gesichtszügen erkennen? Ganz genau Ähm Gibt die Freundin irgendeinen Anlass zur Eifersucht? Das ist ja das Schlimme Das tut sie nicht Überhaupt nicht Sie ist dir wirklich treu und sie ist dir sehr zugetagen Ja, auf jeden Fall Hat sie irgendwas denn mal mitbekommen dass du so extrem eifersüchtig bist? Ja, hat sie Wie hat sie es mitbekommen? Ganz allergisch hat sie reagiert Wie hat sie es mitbekommen? Sie hatte mal einmal ganz kurz mitgekriegt dass ich ihr Handy in der Hand hatte Ah ja War ich in Erklärungsnot Ja Dann hatte ich natürlich irgendwie eine Ausrede von wegen es hat gerade geklingelt du warst nicht da Aber da war sie schon sauer und hat allergisch reagiert wie du gerade sagtest Ganz genau Sprichst du denn mit ihr auch über deine Eifersucht? Ganz oft, ja Ganz oft Formulierst du es denn auch dass du zum Beispiel sagst dir sei es nicht recht wenn sie alleine irgendwo hingeht setzt du sie da so sprachlich auch etwas unter Druck? Eigentlich nicht Ich habe immer nur gesagt die soll mir die Wahrheit sagen wenn irgendwie mal was Okay, wenn man das aber zehnmal sagt und zwanzigmal sagt sag mir die Wahrheit wenn irgendwas ist kann das ja schon sein dass das dem anderen auf die Nerven geht Geht es deine Freundin Ja, deswegen habe ich ja Angst dass wir dass ich ja alleine nachher da stehe wegen meiner extremen Eifersucht Deswegen wollte ich fragen ob sie schon mal gesagt hat dass ihr das sehr auf die Nerven geht Ja, hat sie schon mal gesagt Hat sie schon mal gesagt Das heißt, es geht ja auf die Nerven dass du oft drüber redest Ja Und wenn sie wüsste was du alles tust würde sie aus allen Wolken fallen Ja, ganz genau Um nicht zu sagen wäre sie stinksauer Ja Soweit die Fakten Und soweit ist es dir ja auch schon klar glaube ich so wie du es geschildert hast auf welchen Fehlwegen du da bist auf welchen Abwegen du da bist Ja, aber wie kann ich meine Eifersucht bewegen was soll ich machen Was hast du denn schon versucht Ich habe versucht es alles zu ignorieren Ich habe versucht sie nicht mehr zu verfolgen ihr Freiheit zu geben nur ich sitze dann zu Hause in meiner Wohnung oder ein bisschen in unserer Wohnung und habe schweißnasse Hände und bin im Alltag überlegen was macht sie gerade betrügt sie mich gerade Wie viel Mal wie viel Mal hast du es schon versucht ihr nicht nachzulaufen so wie du es mir gerade erzählt hast wenn sie zum Beispiel zu ihrer Mutter geht wie viel Mal hast du es versucht ihr nicht nachzulaufen Also ich habe sie vielleicht hinterher geguckt aber hinterher gelaufen habe ich es vielleicht ein, zwei Mal geschafft aber dann habe ich es auch hinterher geguckt Also ein, zwei Mal hast du es geschafft nicht hinterher zu laufen Ja, dann war aber auch die Hölle für mich So das ist jetzt natürlich eine Frage der Abwägung Ich glaube ja immer sehr an die Macht des eigenen Willens Wenn man sich zu etwas entschieden hat glaube ich dass man sich sehr beeinflussen kann dass man gegen den inneren Schweinehund so sagt man das kämpfen kann Das ist aber ein bitterer Kampf Je mehr so etwas schon strukturiert ist in einem desto schwerer fällt es einem Dass es solche Dinge gibt wie du gerade gestillert hast dass du schweißnasse Finger hast wenn du es nicht tust Ja Das ist jetzt ein Abwägen dass man sagt ich habe meine ganze Kraft zusammengenommen aber und ich schaffe es nicht Dann finde ich sollte man sich von außen Hilfe holen Ich finde aber dass man sich nicht zu schnell von außen Hilfe holen sollte gerade in solchen Fällen sondern dass man schon sich selbst am Schopf rausziehen sollte wenn es irgendwie geht Das heißt da musst du aber wirklich alles, alles, alles in dem mobilisieren an Wollen und Willen und Kraft gegen diese schlimme Neigung zu kämpfen die dein Glück zerstören wird hundertprozentig Sven Meinst du? Das glaube ich Ich habe es aber erst seit meiner erste Freundin beziehungsweise seit meiner Hauptfreundin mich betrogen hat Ja, das ist mir schon klar so hast du es ja auch gerade geschildert Aber ich glaube wenn so ein Verhalten lange praktiziert wird ist das der Killer für jede Beziehung weil jeder andere der treu ist dem geht das irgendwann so auf die Nerven und fühlt sich auch so verletzt und so missachtet dass eine Beziehung daran kaputt gehen kann das musst du dir wirklich vor Augen halten Ja, was soll ich jetzt seiner Meinung noch machen? Alles ignorieren Sie einfach ziehen lassen? Ja, definitiv Sie völlig ziehen lassen Du guckst nicht mehr in ihr Handy Du läufst nicht mehr hinterher auf der Straße wenn sie wohin auch immer geht und du verkleidest dich schon gar nicht um zu kontrollieren was sie in irgendwelchen Kneipen macht Diese Frau liebst du zur Liebe gehört Vertrauen und dann muss man auch immer etwas riskieren Ja Wenn du aber merkst dass das so tief verwurzelt in dir ist und du es gar nicht wirklich nicht kannst dann hol dir Hilfe von draußen aber ich glaube du musst noch mehr selbst richtig gegen dich ankämpfen so habe ich den Eindruck Was meinst du mit Hilfe von draußen? Psychologen? Ja, das glaube ich Aber erstmal bist du dran und deine Willenskraft Gut Ja Alles klar Mach es für deine Freundin und mach es auch für dein Glück Zerstöre dein Glück nicht durch diese schlimme Neigung nämlich der Eifersucht Alles klar, Jürgen Alles Gute und viel Kraft, Sven Ja, ich bedanke mich bei dir Auf Wiedersehen Mach weiter so, was? Dankeschön, tschüss Ja, tschüss Wie immer freitags eine freie Themennacht also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt unsere Nummer kostenfreie Telefonnummer 0800 220 50 50 oder meld mir ganz einfach unter domian at wdr.de und bitte die Telefonnummer unbedingt draufschreiben Hier ist Karin Karin ist 30 Jahre alt Hallo Karin Hi Hi Karin, was ist dein Thema? Bei mir geht es darum ich habe jemanden kennengelernt im Januar und ja ich war halt auf der Suche nach einem Untermieter und der ist bei mir eingezogen und da hat sich halt nur ein Nightstand ergeben und aus diesem One Nightstand ist eine Beziehung geworden Und auch dein Untermieter Ja Also Beziehung und Untermieter Genau Ja Das Ding an der Sache ist dass ich halt Ende Januar schwanger geworden bin von ihm und das ging halt alles zu schnell Finde ich allerdings auch innerhalb von ein paar Wochen oder? Ja, ja das ging ratzfatz Warum bist du von ihm schwanger geworden? Ja, beim dritten vierten Mal haben wir halt die Verhütung vergessen Vergessen? Das heißt, dass man schwanger Ja Im Rausch der Gefühle Du bist 30 Jahre alt Wie bitte? Du bist 30 Jahre alt Ich weiß aber das hat mit dem Alter nichts zu tun Also wenn man sich mit Leuten unterhält dann weiß man Ja Aber das eigentliche Problem ist eigentlich dass diese Beziehung halt nicht passte Also wir waren halt nicht dazu bestimmt oder wir sind nicht dazu bestimmt denke ich mal zusammen zu bleiben Jetzt wohnt er aber hier Ja Hat sein Zimmer und ich habe halt gesagt dass er ausziehen muss Ah Weil die Beziehung halt nicht funktioniert Das ist eigentlich das reinste Desaster Ich kann mich hier auf nichts richtig vorbereiten Es ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung Ja Und ich brauche halt das zweite Zimmer als Kinderzimmer Ja Und habe hier Möbel stehen Kindermöbel und Klamotten und dies und das schon angesammelt In sechs Wochen ist es soweit Ich wollte gerade sagen es muss ja bald soweit sein dann Ja und das was ich in seinem Zimmer jetzt aufstellen konnte ist das Kinderbett und der Kleiderschrank Mhm Und ja ansonsten warte ich jetzt darauf dass er auszieht weil es auch besser ist Ja Sieht er das denn genauso dass letztendlich eure Beziehung nicht funktioniert Denke ich schon Denke ich schon Also ich Wo liegt dann das Problem Das Problem ist dass also wir streiten seit ein paar Monaten Mhm Und das ist ein Zeichen dafür dass es halt nicht passt Ja Aber Und ich habe ihm schon mehrere Male gesagt wenn er nicht wegen mir bleiben will dann soll er gehen und das macht er halt nicht in den seit den letzten Monaten Er ist halt immer noch da Ja Und unternimmt Kleinigkeiten um mich zu unterstützen aber das Wesentliche fehlt mir halt Das Wesentliche heißt er soll gehen Ne Das Wesentliche an der Beziehung fehlt mir dafür dass er bleiben könnte nämlich emotionale Unterstützung Ja Ja Emotionale Unterstützung ist ja so ein schönes abstraktes Wort Liebst du den Mann Ja dass er sich körperlich um mich kümmert dass er sieht dass ich schwanger bin und in anderen Umständen bin dass ich halt andere Bedürfnisse habe als eine Frau die nicht schwanger ist Okay Das sind alles so die die Aspekte die dazugehören aber die Grundfrage ist ja ist da Liebe im Spielen noch Inzwischen möchte ich eigentlich nur noch dass er erstmal auszieht und dass wir räumlichen Abstand gewinnen Aha Also du bist ja deiner Gefühle gar nicht so sicher das kann bei dir durchaus sein dass da keine Liebe mehr groß im Spiel ist Vielleicht Also ich sehne mich nach ihm dass er dass er sich mir wieder annähert Mhm Gefühls mäßig Ja Aber dadurch dass ich mich halt alleine gelassen fühle von ihm Ja Okay Ich würde es mir besser geben wenn er halt räumlich erstmal geht Ja Vielleicht vielleicht sehnst du dich ja auch nach einem nach einem Bild das so gar nicht realisiert werden kann dass er das gar nicht so bieten kann Aber das ist müßlich jetzt darüber nachzudenken Was sagt er denn Was empfindet er denn zu dir noch für dich Ich habe ihn öfter gefragt Ich habe gesagt leg die Karten auf den Tisch sag mir die Wahrheit was los ist Sag was du für mich empfindest und für mich kommt da irgendwie keine klare Antwort rüber Er sagt halt ich bin noch hier ich ähm und gebe mir Mühe sag ich ja Hm Ich war schon zweimal im Krankenhaus wegen vorzeitigen Wehen Ich darf halt eigentlich gar nicht mehr so viel machen damit das nicht nochmal ausgelöst wird Weißt du wenn jemand fragt Und er lässt mich ständig alleine sitzen Ja Wenn er sagt wenn er auf die Frage Liebst du die Person noch wenn da jemand sagt ich bin hier und gebe mir Mühe sagt das ja auch schon wieder alles aus Ja er gibt sich er gibt sich bei bei Sachen Mühe das heißt er macht halt Einkäufe für mich und er geht für mich mit dem Hund raus Ja Also solche Sachen Er geht hier zur Hand aber das ist doch noch alles Dass er sieht dass es mir schlecht geht körperlich oder was da lässt er da lässt er halt zu links liegen Freut er sich auf das Kind Er hat gesagt er freut sich und er hat auch gesagt er freut sich dass es ein Mädchen ist Ja Aber wie du das jetzt schilderst Karin ist doch der Fall eigentlich völlig klar Ihr solltet so schnell wie möglich und das solltest du auch noch mehr noch mehr befördern und ihm das so klar machen Ihr solltet euch auf jeden Fall räumlich trennen Mhm So und dann muss man mal sehen wie sich das beruhigt dann gibt es ja zwei noch zwei Aspekte in der ganzen Geschichte nämlich ihr müsst ja auf jeden Fall einen finde ich einen wie auch geachteten guten Kontakt miteinander pflegen wegen des Kindes Ihr seid nun mal die Eltern des Kindes Ja das auf jeden Fall So und wenn darüber hinaus dann vielleicht doch noch wieder eine Annäherung der Herzen stattfindet dann ist es umso besser aber die Vorgehensweise jetzt ist unbedingt räumliche Trennung So wie du es auch so Und das musst du ihm auch wirklich noch mehr klar machen und ich weiß nicht wie ich ihm das noch klar machen soll ich habe ihm mehrmals gesagt geh es ist besser such fang an dir ein Zimmer oder eine Wohnung zu suchen Ja Was sagt er denn dann warum macht er es denn nicht Ja er sagt er hatte heute gesagt er wird ausziehen wie es geplant war Wie war es denn geplant Ja auf den letzten Drücker Verstehe ich nicht Also im Oktober kommt das Kind und zum Oktober sollte er ausziehen Achso Aber mir wäre es eigentlich lieber wenn er so schnell wie möglich geht Gut okay aber das sagt ja schon mal dass er auf jeden Fall auch entschieden ist auszuziehen wenn auch auf den letzten Drücker aber er will auch nicht Klammern und auf jeden Fall in der Wohnung bleiben Also wir reden jetzt auch irgendwie über ein paar Wochen Ja reden Insofern entweder hältst du es dann noch aus die paar Wochen oder du setzt ihn noch mehr unter Druck und sagst dir pass auf komm ich will dass es jetzt passiert aber ich will dich auch nochmal unterstützen auch in der in der Überlegung dass ihr auf jeden Fall euch trennen solltet räumlich Ja So und jetzt musst du sehen dass du vielleicht noch ein paar Wochen rausschlägst aber das Ganze wird sich dann ja sowieso spätestens dann im Oktober auflösen Ja Ja das auf jeden Fall nur ich hoffe dass er sich wenigstens melden wird dass er wenigstens hier ist und nach der Lütchen gucken wird Also wenn er dann erstmal ausgezogen ist Ja Okay gut das ist ja der nächste Schritt dann müsst ihr nun wie alt ist er? Er ist 28 So dann müsst ihr wie zwei erwachsene Menschen miteinander reden die Verantwortung tragen wie regeln wir das wenn das Kind da ist Das ist halt eine Frage die muss man dann da muss man sich zu zwingen wenn da auch noch viele Gefühle irgendwie wirre im Spiel sind Ja Liebe Karin ich wünsche dir alles Gute für die Geburt und alles Liebe dir und deinem Kind Ja Dankeschön Auf Wiederhören Tschüss Tschüss Aha jetzt freue ich mich sehr auf eine Anruferin mit der ich vor ich weiß es gar nicht vor zwei Monaten oder vor drei Monaten einmal gesprochen hatte und wir haben damals vereinbart wir rufen dich nochmal zurück und wir fragen was aus der Geschichte und aus ihrem Vorhaben geworden ist Ich begrüße ganz herzlich Anne 66 Jahre alt Hallo Ja Hallo Domian Freue mich sehr dass wir uns sprechen können Ja Ich sag mal ein paar einleitende Worte und den Rest kannst du ja vielleicht nochmal ein bisschen eingehender erzählen Du bist ein transsexueller Mensch Ja Du warst früher ein Mann und bist jetzt eine Frau Ja Seit wann bist du eine Frau Oh mein Gott nochmal ein gleitender Übergang so um die zehn Jahre Um die zehn Jahre Ja ich lebe jetzt öffentlich als Frau seit gut sieben, acht Jahren Und du bist auch operiert Ich bin nicht vollkommen operiert das heißt ich habe die Hoden entfernen lassen Ach so aber sonst Busen und so weiter Das ist alles also wenn ich dich jetzt sehen würde würde ich denken ist eine gestandene Frau Ja So Jetzt haben wir uns nett unterhalten vor einiger Zeit und da hast du mir gesagt und da war ich völlig baff Du hast mir gesagt Du wolltest jetzt in deinem Rentner da sein Du bist ja Rentnerin Ja Hättest dir überlegt in einem Bordell zu arbeiten Richtig Und da wurde ich natürlich ganz hellhörig und habe gesagt Was ist denn da los Warum Kurios an Genau Setzen wir da vielleicht nochmal an Warum hattest du damals die Idee in einem Bordell arbeiten zu wollen Weil ich einfach Spaß dran habe Ich werde immer wesentlich jünger geschätzt Ich bin 66 ich werde bald 67 und werde immer so in die Größenordnung irgendwo ein bisschen zwischen die 40 und 45 getan Hey Hey Und mir macht es Spaß Ich bin also irgendwo auch Narzisse Anders kann ich es nicht sagen Und ja bin gerne mit anderen Menschen zusammen Ja Du hattest aber Du hattest aber vorher mit diesem Milieu keine Erfahrung keinen Kontakt Du wirst Nee eigentlich nicht Eigentlich nicht So meine ich mich auch zu erinnern Doch so ein bisschen SM-Partys und so Sachen schon Ja Aber nicht in Regel recht dass ich sage Okay ich mache das jetzt mal professionell weil ich es einfach wissen will So und jetzt sind wir natürlich alle ganz gespannt Mach's Mach's Du bist professionell Ich wollte in einem Laufhaus in Köln sogar arbeiten Ja Und Aber wir haben die Fußballweltmeisterschaft gehabt Ja Und jede Menge Ferien Urlaub und so weiter Und ich bin in dieser Zeit nicht nach Köln gegangen Also ich habe so aus verschiedenen Richtungen gehört Lass es mal bleiben Geh mal lieber erst so Oktober, November hin Ja Und das habe ich auch so gemacht Habe aber hier inzwischen im Großraum Nürnberg Ja Eine nette Clique kennengelernt Das ist so Mein Gott Clubbasis mehr oder weniger privat Ja Und da arbeite ich jetzt seit gut naja so drei, vier Wochen als Domina Du arbeitest jetzt Interessant Das ist ja schon schrill Ja Du arbeitest seit drei Wochen drei, vier Wochen als Domina Ja Einfach schön Und so ganz professionell kriegst du auch Kohle für Ja Für so ein Das macht auch Spaß Ja Ich achte gar nicht mal so sehr aufs Geld Aber ja es gibt halt bestimmte Kunden die wollen mich ja so wie ich bin halt haben und es ist auch viel Unterhaltung bei Aber es macht dir Spaß Es macht mir Spaß Das war ja die wichtige Ich weiß, dass wir damals drüber gesprochen haben wo du dir auch noch nicht so ganz sicher warst Ob du dir Spaß Ja genau Aber jetzt definitiv es macht dir Spaß Ich hatte Zweifel ob ich überhaupt in meinem Alter und das weiß ich rein äußerlich aber ich höre so viel schöne Sachen Ja Es macht einfach Spaß Es hält einen irgendwie jung glaube ich Und eine Motivation war ja auch noch die Rente ein bisschen aufzubessern Ja weil es ist halt so ich hab mir so ein wie soll ich sagen so ein kleines Mehl- und Kohlenlager umgebaut zum Wohnen und ja dann muss man halt doch hier und da noch ein bisschen was tun Achso also ein Eigenheim kleines Eigenheim was das Geld kostet und dann Ach ja und das heißt Eigenheim das ist halt Mehl- und Kohlenlager von der Bäckerei gewesen also Wohnzimmer ist schon sagen wir mal 50 Quadratmeter aus beiden Hast du das gekauft oder Ja Hast du das gekauft Ah ja 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 Und Och da helfen mir einige Leute mit das macht einfach Spaß So jetzt aber noch mal zu deiner Domina-Tätigkeit Du bist Domina das heißt du bist Sexualität bei dir passiert nicht Äh Nein Nein Ja und Nein Es kommt auf den Kunden an Ja Was sind denn so die ich meine so viel Erfahrung hast du jetzt noch nicht aber immerhin ein paar Wochen Was sind denn so die die sag doch mal so ein paar Beispiele was die Kunden von dir wünschen Ah Na erst noch mal altersmäßig so zwischen 27 und 45 Am interessantesten sind die ähm Verheirateten Ja Und ja Wünschen Bestrafung Es sind es sind Männer Es sind Männer die zu dir kommen Ja ja Also der Wahl indem du sie beschimpfst erniedrigst Nein Erniedrigen Erniedrigen Zum Beispiel mein Gott noch mal festbinden anmachen Ja Und mal ganz offen sagen aufgeilen und dann im Regen stehen lassen Ja Und so wie ich es will Ich halte die Spannung wie ich es will Und natürlich mit einem entsprechenden Outfit und so weiter Das heißt du hast deine Lederkorsage Ja ja und High Heels und die üblichen Sachen Ja Und ja und es macht halt mir macht es Spaß und ich merke ja selber wie es dem Gegenüber Spaß macht Ist das für für die Männer ein besonderer Anreiz dass du eine transsexuelle Identität hast Du wirst lachen Ich habe jetzt in der relativ kurzen Zeit drei die mehr oder weniger Stammkunden geworden sind Und da habe ich auch erst mal von meiner also naja Chefin zu hören gekriegt Mensch bist du nicht doof macht das weil ich gesagt habe ja du war doch schon mal da und so weiter Ne ne macht das und ja warum denn nicht Ne regelrecht Stammkundschaft und doch ja ist sehr viel Unterhaltung auch bei Meine Frage war gewesen ist gerade ein bisschen untergegangen ob ob die Männer das besonders anzieht dass du transsexuell bist Ja Ja Ah ja Unbedingt Unbedingt Das heißt wollen die auch irgendetwas sehen wollen die sehen wie du unten gebaut bist und wie du aussiehst Ne weißt du ich zeige viel ich zeige Busen und 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 aber das gewisse etwas nein das nicht kriegen sie nicht zu sehen Man kann mal so eine zufällige Berührung machen ja aber nicht mehr Jetzt hast du gerade gesagt bei mir so eine Andeutung gemacht dass es für dich durchaus auch einen sexuellen Thrill hat das Ganze zu machen irgendwie so ein bisschen Es macht Spaß Macht das nur Spaß oder macht es dich sexuell auch an Wie soll ich das sagen während des Geschehens selten doch da waren zwei dabei da war auch eine Frau mit dabei ein Bärchen und ja es ist schon interessant Es macht mich zum Teil auch sexuell an aber ich gehe da nicht so weit Es gibt eben nichts weiteres als dieses Rollenverhalten Ja Ich statte mir noch eine Frage zu deiner Sexualität Du sagst die Hoden sind entfernt worden Ja Zu welcher Sexualität bist du fähig für dich Kannst du ornanieren Hast du einen Orgasmus Ja aber selbstverständlich Das geht alles Orgasmus in dem Sinne Sperma gibt es nicht Ja Aber Ja ansonsten hast du voll das volle Gefühl und alles Kriegst auch eine Erektion Ja ja Das ist ja auch einer der Gründe warum ich sagte in meinem Alter lasse ich mich nicht mehr komplett umoperieren weil das Risiko weil das Risiko doch irgendwo bei 2% liegt und es ist ja doch ein recht langer Nervenstrang und ich weiß nicht ob die die Heilschancen so gut sind Ich stelle es mir auch ungeheuer schmerzhaft vor Äh nö Nein Nein Wichtig ist eben bei jeder Operation auch die Odenentfernung hast du nicht gemerkt die Nachbehandlung der Wundschmerzen das ist so entscheidend und ich glaube das ist überhaupt entscheidend für jede andere Operation Würde ich gar noch zu deiner Vergangenheit etwas befragen Ja Hast du früher mal ein ganz normales so normal bürgerliches Leben geführt Ja aber selbstverständlich Ah ja Ja Das heißt du warst auch verheiratet Ich war verheiratet schon zweimal hab drei Kinder Hast drei Kinder Ja ja eins aus der ersten Ehe und die anderen beiden aus der zweiten und wir haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander Das heißt du bist wie man das so sagt geoutet Die wissen Bescheid über dich rundherum Ja 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 Und die wissen auch über diese Dominantätigkeit Nein Das nicht Nein Also so weit muss es dann auch nicht gehen Die Sexualität von Kindern oder anderen Menschen sind ja eigene Menschen Sollen sie selber herausfinden geht es sie nicht an Also sie haben dich komplett akzeptiert Ja ja Als Anne Sie kennen dich noch mit deinem Männernamen von früher Ja ja Und diese andere Sache das ist so dein kleines Geheimnis Das machst du so nebenher Ja Gibt es denn Freunde mit dir Ach du ich habe so viele Freunde gute Bekannte nette Nachbarn die zum Teil auch wissen was ich mache zum Teil sogar mitgehen Achso Ich gehe zu SM-Partys und lebe hier in einem ganz kleinen Dorf Das ist wirklich kurios Hattest du denn früher auch schon so eine leichte SM-Neigung? Müsstest du eigentlich ne? Sonst funktionierte das doch gar nicht Du Nein Nein Hatte ich nicht Hatte ich absolut nicht Erstaunlich Es ist reizvoll Ich meine so Spanking und diese Dinge Okay mal ausprobieren Ich habe selber auch Verschiedenes dann ausprobiert aber auch alles erst eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren an mir selber Das heißt ich würde niemals irgendwelche Dinge machen die ich nicht selber kenne Also was heißt Schmerz Es geht ja um den den vermeintlichen Schmerz Zum Beispiel wenn du jemanden in irgendeinem Raum zum Beispiel in einem Swingerclub oder so arbeite ich ja auch zum Teil dann anbindest und der weiß er wird von mehreren beobachtet und hat eine Augenbinde an und du machst nur mit ihm Verschiedenes und du lässt ihn dann einfach mal stehen oder so und ich sage mal wenn die Erektion am stärksten ist höre ich auf Das sind immer meine speziellen Gemeinheiten Ich finde schon interessant dein spätes Erwachen Kannst du richtig sagen? Das kann man sagen ein bisschen in sexuelle Feinheiten dieser Art Wie soll ich dir das erklären? Ich war beruflich sehr stark eingebunden bin auch mit Sicherheit kein unbekannter Mensch gewesen Darf ich fragen was du beruflich so die Branche ungefähr gemacht hast? Chip Design Mikroelektronik Chip Design und doch in ziemlichen Nanostrukturen also sowas heute Es ist einfach heute auch noch modern was ich gemacht habe Aber dann hast du es wahrscheinlich auch gar nicht nötig die Rente mit diesem Job aufzubessern da steht die Freude oder der Spaß doch wahrscheinlich doch mehr im Vordergrund Ich bin ausgestiegen aus der ganzen Sache beruflich ausgestiegen das hat sich durch einen ziemlichen Streit mit Banken etc. ergeben Ich habe einfach aufgehört und habe gesagt da müsst ihr euch einen anderen suchen nicht mit mir und bin in so einen kleinen Ortsrichtung irgendwo in der Nähe von Bayreuth mit einem Urwald sage ich immer aber landschaftlich wunderbar und Stadt alles hat man ja in der Nähe ich sage ich habe DSL habe einen Bahnhof ein Lokal ein sehr nettes und eine Telefonzelle hier in dem Ort Also alles was man so braucht die Grundbedürfnisse Alles was man so braucht Wenn man zu dir kommt und möchte eine Stunde oder sagen wir mal zwei Stunden von dir Ich arbeite nicht bei mir hier im Haus Okay also wenn man also nicht bei dir im Haus aber wenn man mit dir eine Stunde oder sagen wir mal zwei Stunden verbringen möchte was muss man da zahlen? Das kommt darauf an also irgendwo in der Größenordnung zwischen mein Gott nochmal schnell mal so um die 50 80 Euro und ansonsten wenn es meistens sind es ja doch ein Abend oder so wenn also so Pärchen und ich habe auch eine gute Bekannte die mitmacht und ja irgendwo in der Größenordnung bis 250 Euro Dann lohnt sich das schon Ja Liebe Anne ich gucke auf die Uhr die Zeit und das ist so interessant mit dir zu sprechen da vergeht die Zeit wie im Fluge Ich freue mich sehr dass wir nochmal gesprochen haben Och du das hat mir auch Spaß gemacht Und vor allen Dingen freue ich mich dass du etwas gefunden hast was dir wiederum Freude bereitet Ja Und das ist ja schon ein sehr sehr skurriles Leben was du da führst und ein sehr skurriler Biografie Und es ist ein Jungbrunnen Und es ist ein Jungbrunnen Ich wünsche dir alles lieber als Gute und viel Erfolg und viel Spaß weiter Ja Danke dir und Domian weiter so Toi 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 Liebe Anne Dankeschön Bissenspitzentyp Dankeschön Ja Tschüss 0800 220 50 50 Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt ganz wurscht über was dann meldet euch unter dieser kostenfreien Telefonnummer oder unter der E-Mail Adresse domian.wdr.de Ich könnte euch an dieser Stelle schon mal unsere Themen nächste Woche nennen In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Dieser Gegenstand erregt mich und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nächste Woche heißt das Thema Knochen Ich möchte mit euch rund um das Thema Knochen sprechen Hier ist die Helene Stimmt das? Helene? Ja Hallo Helene 60 Jahre bist du alt Ja Guten Abend Domian Schön dass du da bist Ich freue mich Ja Weswegen rufst du mich an Helene? Ja heute Abend ist ja schon mal über Sucht wenn auch im Zusammenhang mit Eifersucht die Rede gewesen Ja Und ich wollte etwas erzählen was mir selber passiert ist in einer Partnerschaft Ich wollte über eine Sucht reden die ein absolutes Tabu ist Ich weiß nicht ich sehe deine Sendung nicht immer Ich weiß nicht ob jemals schon bei dir darüber die Rede war Es ist ein ganz großes Tabu weil die Betroffenen nie darüber reden Sie wird auch Schamkrankheit genannt Schamsucht Sie ist noch nicht offiziell anerkannt als Suchterkrankung Obwohl es eine wissenschaftliche Untersuchung gab letztes Jahr in der Charité in Berlin Ja Und zwar ist es die sogenannte Sexsucht Sexsucht Leider Gottes sagen die meisten Leute wenn sie das hören Oh so eine schöne Krankheit hätte ich auch gerne mal Weil sie vermuten dahinter Dass es dabei dass diese Menschen also süchtig sind nach Sex Also nach dem schönen und nach In meiner Meinung nach schönsten Sache der Welt Bist du denn selbst betroffen davon? Nein ich bin nicht betroffen Aber ich hatte einen Partner von dem ich mich jetzt getrennt habe Ja Mit dem ich anderthalb Jahre Wenn auch nicht räumlich ständig zusammen war Weil er in einer anderen Stadt lebt Und er ist sexsuchtkrank Wie alt ist dein Partner gewesen oder ist er? 50 50 Jahre Wie hat sich denn diese Sexsucht bei ihm bemerkbar gemacht? Ja Ich muss noch dazu kurz damit es gut verstehen kann Er ist alkoholkrank und Sexsucht taucht sehr sehr oft In Kombination mit Alkoholerkrankung mit Alkoholsucht auf Das wusste ich auch noch nicht Und weil es so tabuisiert ist Wird darüber nicht mal in den Selbsthilfegruppen von Alkoholikern gesprochen Also ich bin zum Beispiel in eine Selbsthilfegruppe gegangen für Angehörige Von Alkoholkranken Ja Und konnte über mein Thema überhaupt nicht reden Das ganz große Problem ist Man schätzt Die Wissenschaftler schätzen das ungefähr 500.000 Betroffene In Deutschland Warum konntest du nicht reden? Weil die anderen das nicht wollten? Nein weil niemand überhaupt versteht was Sex ist Achso So jetzt aber noch zu deinem Freund zurück Wie hast du das gemerkt, dass er sexflüchtig ist? Also ich habe überhaupt Ich habe zuerst mal von ihm erfahren, als ich ihn kennenlernte Wir haben uns über das Internet kennengelernt Und du weißt wie das geht Das geht eine ganze Weile Und bis man sie überhaupt sieht Man spricht lang Dann später telefoniert man Ich habe gemerkt, dass er Probleme hat Aber ich wusste überhaupt nicht, welche Art von Problemen Hat er denn am Telefon auch schon viel über Sex geredet? Nein, überhaupt nicht Überhaupt nicht, gar nicht Es geht bei Sexsuchtkranken auch niemals um Sex mit einem Partner Sondern? Die Sexsucht ist etwas, was sich nur in der Fantasie des Betroffenen abspielt Und zum zwanghaften Onanieren führt Bis zu 50, 100 Mal am Tag Im Zusammenhang mit Pornos oder mit Internet Das ist jetzt zum Beispiel für diese Leute besonders leicht zugänglich Da müssen sie nicht mal mehr Ich muss mal eben kurz überbrechen Also soweit ich schon mit Sexwüchtigen gesprochen habe Die das von sich gesagt haben Gab es auch Leute, die unglaublich viel Sex praktiziert haben Auch mit anderen Menschen In dem Fall deines Freundes war es anders Er hat so oft onaniert Ja, du hast vollkommen recht Es gibt die allermöglichsten Spielarten von Sexsucht Es gibt auch solche, die mit anderen Sex haben Aber es ist nicht so, dass sie Freude daran haben Und vor allem typisch wie für jede Suchterkrankung Da fehlen ja die Gefühle Sie können keine Gefühle empfinden Mein Freund kannte gar nicht die Verbindung zwischen Sex und Gefühl Ja, heißt das denn, dass ihr gar nicht miteinander geschlafen habt? So ist es Er hat gar nicht miteinander geschlafen Anderthalb Jahre nicht Er war Sexsüchtig und ihr habt nicht miteinander geschlafen Er hat bis zu 50 Mal am Tag onaniert Ähm, ja Aber dann ist doch alles blutig Ähm, frag mich nicht Ich habe ihn natürlich Das hat bei mir eine Weile gedauert Bis ich überhaupt Namen für dieses Problem hatte Ich dachte am Anfang Das sei Ausdruck dieser Alkoholerkrankung Das hat eine ganze Weile gedauert Bis ich überhaupt gegriffen habe Dass es nichts mit dem Alkoholismus zu tun hat Hat er dir das denn dann irgendwann gestanden? Er hat darüber gesprochen Ja, ich habe also weder was das Alkoholproblem angeht Je irgendeine Kontrolle Oder ich habe nur gleich, als ich es erfahren habe Am ersten Tag unseres Kennenlernens gesagt Das ist dein Problem Du musst aber wissen Wenn du in meiner Gegenwart auch nur einen Tropfen trinkst Bin ich zur Tür Ah, denn das Alkoholproblem hat er gleich am ersten Tag offengelegt Und er hat von dem Tag an nicht mehr getrunken Ah ja Wann hat er denn zum ersten Mal über diese Sexsucht gesprochen? Nachdem ich nach einer Weile voller Erstaunen Ich habe natürlich gemerkt Es ist nicht so, dass wir nicht ins Bett gegangen sind Wir waren ja sehr verliebt Ja Und er ist ein großer Verführer vor dem Herrn Und dann denkt doch jede verliebte Frau Jetzt geht gleich die Post ab Genau Und Aber die gingen nicht ab Ja, bei ihm schon Also im Grunde Das habe ich ja alles erst im Laufe der Zeit festgestellt Er ist früher zu Prostituierten gegangen Er kennt keine andere sexuelle Beziehung Moment, langsam Ihr liegt im Bett Und er Er lässt sich bedienen Er lässt sich bedienen Das heißt, du hast ihn befriedigt mit der Hand Ja Und es kam Oder was immer Bitte? Es gibt so viele Möglichkeiten Ja Okay, ja Oder was immer Genau Aber kein Geschlechtsverkehr Ja, aber kein Geschlechtsverkehr Nein Aha Hm Und Hat er dann irgendwann zu dir gesagt Dass er so oft am Tag zusätzlich auch noch alleine onaniert Ja Also er hat mich keine Zahl genannt Aber er hat es mir ohne, dass ich ihn überhaupt jeder noch gefragt habe Weil ihn das natürlich unglaublich bedrückt hat Er fühlte sich wahnsinnig schuldig Das heißt, diese Zahl Hat sich irrsinnig geschämt Die Zahl, die du gerade genannt hast Die traf nicht auf deinen Freund zu Nein Nein Das hast du gelesen Ja Achso Ich bin natürlich sofort zur Suchtberatung gegangen Ich bin also überall hingegangen, um mir Hilfe zu holen Wie oft hat denn dein Freund onaniert dann zusätzlich noch? Ich bin natürlich nicht dabei gewesen Nee, aber er hat es dir vielleicht Und ich habe ihn auch nicht danach gefragt Achso Aber er hat mir bestimmt einmal oder zweimal am Tag gesagt Dass er ins Internet zum Beispiel gegangen ist Konnte er denn erklären, warum er keinen Geschlechtsverkehr mit dir wollte Sondern nur diese andere Form der Nee, er wollte Er wollte, aber es ging nicht Ja Aber nicht etwa, weil er impotent war Ganz im Gegenteil Er hat es einfach nicht Er hat es nicht verbinden können miteinander Das ist vollkommen abgespalten Auch die Gefühle Zum Beispiel Zärtlichkeiten oder so Ich habe dann festgestellt Das ist für ihn nur die Brücke Um dahin zu kommen, was er möchte Aber das ist nicht ein Bedürfnis aus ihm heraus gewesen Das heißt, du hast nicht ein einziges Mal eine erfüllte Sexualität erlebt in den anderthalb Jahren Warum ist diese Beziehung dann zu Ende gegangen? Hast du sie beendet? Ja Er hat dann nach relativ kurzer Zeit Also kurz im Verhältnis zwischen Wie es also in der Regel dauert es Zum Teil Jahre bis die Partnerin Oder den Betroffenen dazu kriegen Dass er was unternimmt gegen den Alkoholismus Er hat nach vier Monaten eine Alkoholtherapie gemacht Aber ich unterbreche eben Du hast doch gesagt, dass er schlagartig aufgehört hat zu trinken Als er mit dir zusammen kam Ja, aber wenn jemand ein richtiger Alkoholiker ist Heißt ja, dass wenn er dann nicht mehr trinkt Heißt ja nicht, dass er Dann ist er im Kopf nass So nennt man das unter Betroffenen Also all die Jede Suchterkrankung führt ja vor allem zu einer Stoffwechselstörung im Gehirn Und das ist der Grund, warum Alkoholismus auch als Krankheit definiert wird Oder auch eine nicht stoffgebundene Sucht ist dasselbe Kann man sagen, dass du mit der Gesamtsituation Also diese Sexsucht, wie du es nennst Und der Alkoholismus Dass du damit nicht mehr zur Rande kamst Und gesagt hast, ich möchte mit diesem Mann nicht mehr zusammen sein Nein, ich habe natürlich die Hoffnung gehabt Ich habe natürlich zuerst mal gedacht Wenn er diese Alkoholtherapie macht Dass ich dann das andere Problem erlebe Ich habe das dann erst im Laufe der Zeit begriffen Dass es zwar auch gehört zum selben Suchtgeschehen Ist aber etwas, was eine ganz eigene therapeutische Behandlung braucht Warum hast du letztendlich dich von ihm getrennt? Weil nachdem er aus der Klinik kam, letzten Oktober Hätte das übliche Programm Die Leute müssen in Selbsthilfegruppen gehen Müssen weiterhin Therapie machen Das hat er alles nicht gemacht Und er hat vor allem dann zwar nicht mehr getrunken Aber die Sexsucht ging weiter Das heißt, er ist nie clean gewesen Es ist ja egal, ob man sich eine Flasche Bier an den Mund setzt Oder im Kopf nur Und genau damit wolltest du nicht wieder leben Und als ich gemerkt habe, dass alle Hoffnungen Also dass es hoffnungslos ist Dass er einfach die Sexsucht, die viel älter ist als der Alkoholismus Dass er da nicht dran geht, das zu bearbeiten Das ist auch sehr schwer, das für den Therapeuten zu finden Aber das war der Grund, weswegen du dann gesagt hast Und dann ist er auch wieder rückfällig geworden mit dem Alkohol Wie ist denn dein Verhältnis heute zu ihm? Hast du noch Kontakt? Ja, wir haben noch sporadischen Kontakt Und das ist so ein Verhältnis, also von meiner Seite zumindest Es hat mit sehr viel Trauer zu tun Das ist ein unglaublich begabter, intelligenter, gebildeter, sensibler Mann Also eigentlich genau das, was man sich wünscht Wir haben uns wunderbar verstanden Wir haben die gleichen Interessen Aber es ist unmöglich mit so jemandem Also Sucht und Liebe sind einfach zwei Dinge, die nicht zusammengehen Das ist ein sehr guter Satz und ein sehr stimmiger, richtiger Satz Liebe Helene, ich danke dir sehr für den Anruf, dass du darüber gesprochen hast Wir haben schon hin und wieder mal über das Thema Sexsucht gesprochen Aber du hast natürlich völlig recht, dass das komplett tabuisiert ist Und viele am Anfang so schmunzeln und sagen Hohoho, Sexsucht ist ja super Das ist eine sehr, sehr anzunehmende Geschichte Und die Menschen leiden wirklich darunter Ich danke dir, dass du angerufen hast Und wünsche dir alles Gute Und auch in diesem Distanzierungsprozess, dass du da gut vorankommst Ich danke, dass du zugehört hast Alles Liebe, auf Wiederhören Helene Dankeschön, tschüss Und weiter geht es mit Uwe Und Uwe ist wie alt? Uwe ist 65, guten Morgen Guten Morgen, Domian Guten Morgen, Uwe Was ist dein Thema? Ich habe ein Problem Ich habe nach etwas mehr als 30 Jahren meine Frau verloren Und habe dann einen Suizidversuch gemacht Wann hast du deine Frau verloren? 1995, da haben wir hier gerade ein Haus gebaut Und wir waren gerade mit dem Rohbau fertig Und da sterb sie von einem Tag auf den anderen am Herzinfarkt Und das war natürlich der erste richtige Zusammenbruch bei mir Also ich habe meine Frau sehr geliebt Und nach diesem Suizidversuch bin ich dann in eine psychiatrische Klinik erstmal gekommen Hast du diesen Suizidversuch unmittelbar danach gemacht? Unmittelbar nicht Nein, ich hatte in Hamburg mein Haus meinem Sohn gegeben Und hatte hier angenommen, dass wir hier ganz schnell mit dem Haus fertig sind Und habe dann aber als der Rohbau fertig war und meine Frau dann plötzlich gestorben ist Habe ich den ganzen Kram abgebrochen Und wohnte jetzt hier im Winter, im tiefsten Winter in einem Wohnwagen, den ich mir gemietet hatte Neben dem Rohbau Und hatte eigentlich keine Bleibe mehr So in das Haus konnte ich noch nicht Da gab es keine Heizung oder sonst irgendetwas Und dann ist mir irgendwann wohl die Sicherung durchgebrannt Und ich wollte dann Schluss machen Und dann haben mich Freunde gefunden in dem Wohnwagen und haben mich dann weggebracht Was hast du denn gemacht? Hast du dir die Pulsadern aufgeschnitten? Nein, mit Tabletten Tabletten Ja Und wobei, es war vielleicht auch nicht so gedacht, dass ich mich unbedingt umbringen wollte Aber ich wollte mich einfach betäuben, so betäuben, dass ich nichts mehr mitbekomme von dem Ganzen Das war dann wohl ein bisschen viel Hast du lange im Krankenhaus gelegen, bis man dich wieder hergerichtet hatte oder ging es recht schnell? Das ging recht schnell, ja, mit Magenauspumpen und diese Sachen, ne Das war noch da und dann, aber wie gesagt, dann kam ich in eine psychiatrische Klinik für 10 Wochen Und wurde da wieder aufgebaut und habe dann eigentlich Ich habe auch immer so diesen Trend, anderen Menschen helfen zu wollen Und da hatte ich da ja eigentlich genügend Ansprechpartner, also in Gruppen und so weiter Dann habe ich dann auch die Schicksale anderer Menschen da kennengelernt Und da habe ich dann eine Frau kennengelernt, also wir hatten irgendwie, das war als wenn wir schon ewig zusammengehörten Und dann einmal plötzlich, also haben wir den ganzen Tag zusammen gegluckt und wir haben über unsere Probleme gesprochen Und sie hatte natürlich noch mehr Probleme wie ich, sie hatte schon drei Ehen hinter sich Und aus drei Ehen drei Kinder und na jedenfalls haben wir uns dann auch immer wieder sporadisch getroffen Ich bin nachher vorher entlassen worden, zwei Wochen eher wie sie Und dann hat sie da sogar, als ich entlassen wurde, schon den ersten Suizidversuch gemacht Und da hatte sie mich hier angerufen in meinem Wohnwagen und ich habe gemerkt, dass mit ihr irgendwas nicht stimmte Das heißt, du warst gerade entlassen und wieder einigermaßen hergerichtet und hast dann eine ganz neue Belastung aushalten müssen Ja Und dann habe ich, wie gesagt, die Klinik da angerufen Ich habe dann noch zu ihr gesagt, sie soll es schnell wieder auflegen, damit ich wieder telefonieren konnte Und habe dann die Klinik angerufen und dann ist sie auch da rausgeholt worden ins Krankenhaus Und ist dann wieder, also praktisch ist das dann wieder gut gegangen Uwe, jetzt sind wir so ungefähr, ich sage mal so grob im Jahr 1996 oder so ungefähr Ja Was du gerade so erzählst, dass die Geschichte mit Ja, das war 1996 dann, ja Wie ist denn, wir machen mal einen großen Sprung jetzt nach 2006 Wie ist es heute und wie geht es dir heute? Ja, das war dann folgendes, also wir sind dann eigentlich immer zusammen Sie hatte ja keinen, sie hatte sich von ihrem Mann getrennt, sie hatte keine Wohnung, sie hatte gar nichts Und so haben wir beide, letztlich sind wir hier angefangen, das Haus innen auszubauen Und sie war ein, das war wirklich auch eigentlich eine große Liebe Ich habe immer gedacht, ich kann, ihre Depression kann ich dann irgendwie so durch Liebe und durch Wir sind viel in Urlaub geflogen und all so ein Kram und dann, dass sich das dann ergibt Und wir haben, solange wir hier gut zu tun hatten im Hause, war auch eigentlich kein riesengroßes Problem Das fing erst an, als wir denn hier so weit waren, dass wir hier eingezogen sind zusammen Da waren wir aber, wie gesagt, wir waren nicht verlobt oder verheiratet Und ja, und dann irgendwann kam immer dieser Tenor von ihr Ja, wenn mir mal irgendwas passiert, dann würden meine Kinder kommen und würden sich aus dem Haus rausschmeißen und solche Sachen Und dann habe ich mir nachher gedacht, mein Gott, dann heiraten wir eben, dann gibt sich dieses Problem vielleicht auch Habt ihr geheiratet? Dann haben wir 2000 geheiratet Und dann, wie gesagt, der Hochzeitsurlaub, da haben wir einen sehr teuren Urlaub gemacht Das war eine reine Katastrophe, da wollte sie da von der Klippe springen Also sie hat sich nie so richtig berappelt? Nein, sie hat dann hier insgesamt sieben Selbstmordversuche gemacht im Hause Das muss ich mal fragen, ich will dich jetzt nicht drängen im Erzählen, aber lebt die Frau noch? Ja, ich hoffe es Aber du bist nicht mehr mit ihr zusammen? Nein, sie ist ja seit November sporadisch immer wieder weg in Berlin, wo ihre Kinder wohnen Und jetzt ist sie ja natürlich auch schon wieder längere Zeit weg Und jetzt habe ich heute gerade eine MS von ihr gekriegt auf einen Anrufbeantworter Da hat sie sich dann für endgültig verabschiedet Also das ist mein letzter Anruf Und das sind ja diese Dinge, die sie auch immer schreibt Aber Uwe, das muss ja die Hölle sein Du hast damals deine geliebte Frau verloren Ja Und machst seit 10 Jahren jetzt so eine Psychohölle durch Ja Das muss doch, du musst doch fertig sein mit den Nerven Ich bin auch fertig, ja Du bist aber immer noch offiziell mit der Frau verheiratet Ja Und jetzt hat sie es wieder angedroht, so wie sie es oft schon gemacht hat Und jetzt erstmal ganz ehrlich Gibt es so ein Gefühl, dass du dich dabei ertappst Würde sie es doch machen, dann wäre Ruhe? Manches Mal ja Aber ich habe auch eine fürchterliche Angst davor Manchmal ja, weil ich sage mir letztlich Ich kann gar nichts daran ändern im Prinzip Weil sie steuert alles ganz alleine Ja, du hast ja wahrscheinlich auch so viel unternommen Und so viel investiert und gegeben Ja Und du bist so an deine Grenzen gestoßen Dass da wirklich überhaupt gar nichts mehr zu machen ist Nein, ich bin ja auch finanziell jetzt schon so weit runter Weil ich habe ja mittlerweile zwei Wohnungen in Berlin eingerichtet Und Habt ihr denn euer Häuschen, hast du dieses Häuschen noch? Ja Das wohnst du noch? Ja Und da möchte sie natürlich Sie schreibt mir ja laufend auch Briefe und Karten Und sie deutet ja immer wieder an Und dass sie mich liebt Und Wo ist sie denn jetzt in Berlin bei ihren Kindern? Bei ihrem Sohn Bei ihrem Sohn Ist sie denn da gut aufgehoben? Naja, sie ist eine sehr reinliche Frau Sie ist also sehr gewissenhaft und reinlich Und bei ihrem Sohn, wie gesagt, da lebt sie in so einer Art Höhle Also das ist wie heute die Jugendlichen wohl überwiegend leben Mit Nikea-Möbel oder sonst irgendwas Die sind ja auch okay unter Umständen Ja Und sie fühlt sich da sicherlich nicht pudelwohl Das ist ganz klar Aber sie entscheidet ja selber Wie soll das denn jetzt für dich weitergehen? Was hast du denn für Pläne? Wie willst du dich weiter verhalten? Ja, ich bin jetzt schon wieder arbeiten gegangen Weil sie mir Sie raunt ja auch mein gesamtes Unser gesamtes gemeinsames Konto Jeden Monat ab Total Und mir bleibt eigentlich zum Leben gar nichts Ich gehe jetzt schon wieder arbeiten Du bist 65, ne? Eigentlich hast du deine wohlverdiente Ja, ich hatte auch gedacht Ich gehe in Ruhe statt Gab es denn Überlegungen zu sagen Ich lasse mich von der Frau scheiden? Ja, man hat sie mir natürlich angedroht Dann wird sie sich von Zug schmeißen Ist überhaupt noch ein Gefühl da? Ja, von meiner Seite auf jeden Fall Oder eine Verpflichtung? Ja, auch, ja Ich habe Angst Ich fühle mich eigentlich für sie verantwortlich Verstehe Das ist das Ich finde immer so wichtig Wenn man in so einer Lage ist Wenn man in sowas reingeraten ist Dass man neben sich einen guten Berater hat Einen guten Freund Einen klugen Arzt Hast du jemanden an deiner Seite Der dich so ein bisschen Dich stabilisiert und unterstützt? Nein Ich habe überhaupt keine Freundin mehr Durch unsere Beziehung Ich habe einen sehr großen Freundeskreis gehabt Das heißt, du kannst dir nie mal Was von der Seele reden? Nein, nein, nein Ich habe keinen Weil sie hat mich bei allen so schlecht gemacht Ich bin der schlechteste Mensch Denen es überhaupt gibt Und bei allen hat sie mich so schlecht gemacht Dass also alle mit mir eigentlich Gar nichts mehr zu tun haben wollen Eigentlich, Uwe, müsstest du die Notbremse ziehen Jetzt geht es auch mal um dich Und du musst auch an dich denken Ja Es dauert vielleicht gar nicht mehr lange Dann bist du auch so ein nervliches Wrack Dass du medizinisch behandelt werden musst Ja Ich finde, dass du das Recht hast Jetzt auch auf irgendeiner Weise Eine Grenze zu ziehen Der Frau gegenüber Und für dich und dein Wohlbefinden zu sorgen Wenn du so viele Jahre Dich dieser Frau aufgeopfert hast Und sie ist ja wirklich Ein psychiatrischer Fall offensichtlich Ja, ja Weißt du, was wir machen Ich habe hier im Hintergrund So eine sehr, sehr gute Psychologin Heute sitzen Habe ich immer aber heute eine Die auch in diesem Bereich sehr erfahren ist Ich würde gerne, dass du mit ihr jetzt mal eingehender sprichst Ich fände es so gut, wenn du Halt bekämpfst Dass wir dir vielleicht so ein bisschen helfen können Dass du irgendwo in deiner Gegend ja etwas suchst Dass du stabilisiert wirst Denn du musst ja auch mal reden Alleines Reden ist doch schon Ja, ich werde wahnsinnig Ich rede hier schon mit Bildern Und mit der Wand Ja, klar Weißt du, und unsere Redezeit ist ja leider auch nur relativ begrenzt Deswegen möchte ich dich auch jetzt nicht abwürgen Oder einfach so schnell verabschieden Mir liegt wirklich daran, dass du jetzt mit der Magdalena Mit meiner Psychologin weiter berätst Sie hat das Gespräch mitgehört Und dann kann man gemeinsam darüber nachgedacht werden Ich sage dir mal so aus der Ferne Aus meinem mehr oder weniger gesunden Menschenverstand Denk an dich jetzt mal Und das kannst du mit gutem Gewissen tun Du brauchst kein schlechtes Gewissen Ja? Okay Liebe Uwe, du legst auf und die Magdalena ruft dich zurück Ja, schönen Dank, Domian Alles Gute, Uwe Ja Tschüss So, jetzt haben wir hier jemanden aus Frankreich Nämlich Jean-Claude Jean-Claude ist 28, guten Morgen Hallo Hallo Guten Morgen Wieso rufst du aus Frankreich an? Wie kommt's? Weil ich Franzose bin Du bist Franzose? Ja, ja, ich bin Franzose Das klang jetzt gar nicht so Ja, wir wohnen hier ziemlich nah an der Grenze zum Saarland Ah ja Und deshalb Und da könnt ihr auch deutsches Fernsehen empfangen, klar? Ja, ja, ganz klar Ja gut, heute über Satelliten Satelliten war sicher natürlich Es geht ja ganz Europa Ja Weshalb ich eigentlich anrufe? Ja Also es verknüpft sich eigentlich mit der Sendung von gestern Abend Ja Und zwar, mein Großvater ist im Juni gestorben Mhm So Jetzt wollte ich dir nur mal mitteilen, dass eigentlich durch ihn sind wir auf deine Sendung gekommen Durch den Großvater? Durch den Großvater, also der war jetzt dieses Jahr 81 Das hat damals vor, ich weiß nicht, acht Jahren ungefähr angefangen Vor zehn Jahren Also wir haben vor zehn Jahren angefangen, ja Als er uns angesteckt damit hat Achso Und das wollte ich dir ein für sich nur mal mitteilen, weil er war wirklich ein großer Fan von dir Mhm Und er hat sich jede Nacht, also am Anfang immer nachts noch die Sendung um die Ohren grauen Die letzten Jahre ging es dann halt nicht mehr so durchs Alter, da konnte er nicht abends so lange aufbleiben So, Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös Ja, er ist ja völlig normal, aber das finde ich sehr rührend, was du dir erzählst, das freut mich Und das war, also ich wollte schon, dass du das weißt, weil ich wollte eben hier mit an für sich noch eine kleine Ehre setzen, wenn man das so sagen kann Das ist sehr schön, dass du das machst Ähm, ist dein Großvater plötzlich verstorben? Äh, nee, plötzlich an für sich nicht Er ist vor, also letztes Jahr im August hat es angefangen, wo er langsam krank wurde Und, äh, da kam dann eins aufs andere Es wurde immer schlimmer, zum Schluss haben dann die Nieren auch versagt Und die letzten Monate hat er an für sich nur noch im Krankenhaus verbracht Warst du bei ihm, als er verstorben ist? Wir wurden dann abends angerufen, weil er war dann die letzten Wochen auf der Intensivstation Und da wurden wir dann abends angerufen und da bin ich dann mit meiner Mutter rüber, also mit meinen Eltern und meiner Freundin rübergefahren Und ich war dann auch mit, äh, der ganzen, also die ganze Nacht über, am Bett Hast du den Eindruck, dass er gelitten hat? Oder ist er eher ruhig eingeschlafen? Ich würde sagen, er war an für sich eigentlich ruhig, weil die letzten, die letzten, also der letzte Tag, die letzten zwei Tage war er, da war er gar nicht mehr ansprechbar Ja, die Augen waren zu und, äh, also es wurde nur noch, äh, per Maschinen wurde er am Leben erhalten Also ich, auch wenn es sich krass anhört, es war vielleicht, also es war eine Erlösung hier Dann denken wir jetzt nochmal alle gemeinsam ganz intensiv an deinen Opa Ja, danke schön Und ich freue mich, dass ich das noch erfahren habe von dir, dass er ein großer Fan hier von unserer Sendung war Ja, also wie gesagt, er war wirklich, er hat keine Sendung verpasst Er war, er hat so sich immer auf, auf Video aufgenommen, hat so sich dann morgens zum Frühstück angekommen